So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich, was soll ich sagen, ich habe es wieder getan, beziehungsweise es ist wieder passiert. 18 Accounts, 6 rote, 6 blaue, 6 gelbe, die gelben waren die wichtigsten von Anfang an, die Iver-Armee, Iver-Scharf, Iver-Mild, Iver-Soft, Iver-Kids, Iver-Pikant und so weiter. Dann kamen die blauen dazu, Molly, Adi, die ganzen anderen Sachen, Ramses Raid-Party, Ramses Raid-Mania, dann als Spaß rote Accounts, weil man ja immer Shiny gejagt hat aus Raids, aus Eiern, tägliches Setzen in Arenen, die Münzen bekommen, alles rübergetauscht auf den Main-Account, aber Pokémon nimmt ab. Ich möchte mich nur noch auf den Habanero-Lime-Account fixieren und als 2-Account in Samyang-Buldak führen, alles andere liegt rum. Da wird kein Stopp mehr gedreht, da wird kein Pokémon mehr gefangen, da wird kein Raid mehr gemacht, aber die haben immer noch coole Dinge am Start. Und das letzte Video, was ich hochgelaufen, ne, das vorletzte, das vorletzte Video mit dem 100% Mewtwo hat wieder mal bewirkt, das 100% Shiny Mewtwo hat Leute angelockt, die gesagt haben, Hast du noch einen Account? Nachdem ich alle roten und alle blauen weg habe, gehe ich schweren Herzens jetzt an die gelben ran und versuche jetzt auch die gelben, die rumliegen, loszuwerden. Das ist Iversoft. Iversoft war mal ein Account von Chris, also von der Chris, von dem Mädchen, die aufgehört hat, den ich übernommen habe, weitergespielt habe. Der war mal rot, den habe ich dann gelb gemacht und der ist so alt, der ist so alt, der Account. Der ist von 4.900.2016, Iversoft Level 41 und noch 26 Millionen von 7 Millionen oben drüber. Der ist jetzt auch verkauft und nachdem ich die ganzen roten und blauen immer für 50 Euro abgegeben habe, weil die für mich keinen Wert hatten, habe ich diesen gelben jetzt für 100 Euro verkauft. Das sind nur 50 Euro mehr, aber ich möchte euch jetzt mal zeigen, was hat der denn, was kann der denn, was ist der denn? Das sind theoretisch vollwertigere Accounts. Der hat 1750 Pokémon Platz schon drauf, was auch mega teuer war, das immer aufzurüsten. 1750 Platz. Während andere vielleicht 300 Platz hatten, hat er 1750 Poker Platz. Der hat 1800 Item Platz, was auch was wert ist, wie wenn man sich das jetzt alles versucht hochzuziehen. Das Dauer, das ist teuer, hier ist das schon drauf. Der hat 23 Glückseier noch drauf, der hat 15 Sonderbonbons noch drauf, der hat 19 Sonderbonbon XL drauf. Achso, das sowieso krasse ist, der Käufer hat gesagt, hast du noch einen? Für 100 Euro nehme ich kein Problem, ich habe versucht, dir erst mal zeigen, was er so hat. Nein, ich weiß, du hast gute Accounts, das sind faire Preise, ich brauche gar nicht erst gucken, ich nehme den einfach, zeige. Ich habe das Geld jetzt schon bekommen, ich möchte ihm nachher die Daten geben, aber möchte euch einfach kurz mal zeigen, was er hier so hat. So, was ist denn das älteste Pokémon, was hier drauf ist? Das älteste Pokémon ist das hier, ein Rihonior von 2016. 2017, Hytera, 2017, da sind so alte Schinken drauf von früher. Wenn ihr die tauscht, dann wären die ja garantiert eigentlich lucky, aber das meiste davon sind halt nützliche, krasse, interessante Dinger. Guck hier, bis Knirscher, na gut, der ist eigentlich wurscht. Wenn der nur bis Knirscher hat, nicht mal Katapult, Steinkante, dann könnte man den tauschen, dass er lucky wird und vielleicht noch besser, als er schon ist. Die sind auch damals alle immer legit bespielt worden, Straufein, alles hin und her, es gab Zeiten, da bin ich zum Anfang wirklich mit drei, vier Handys gleichzeitig rumgerannt, die C-Days mit drei Handys gleichzeitig gespielt, drei Stunden lang die kompletten C-Days gespielt, also, das ist alles kein Quatsch, das ist alles irgendwie cool. Wenn wir mal in den Shop gehen, da sind 41.000 Münzen noch drauf. Ich weiß nicht, was für ein Wert das ist, 300, 400 Euro, was weiß ich, 41.000 Münzen sind noch drauf, wovon ihr Raid Paisle kaufen könntet, wovon ihr Brutmaschinen kaufen könntet, wovon ihr, was weiß ich, irgendwelche dummen Items, da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Man kann das Team noch mal wechseln. So, 41.000 Münzen durchs tägliche Arenen setzen. Was haben wir noch drauf? Was kann man denn als Shinies zeigen? Das ist ja das, was eigentlich immer die Leute interessiert. Wir gehen mal hier drauf, wir zeigen mal Shinies. Nidoran, Familie hier, Quapsel, Gengar, vom Raid Day damals glaube ich, Schlurb, Rihorn, Evoli, dann haben wir hier Arctos, Zapdos, Lavados ist alles am Start, Ratini, Mewtwo, viele freuen sich immer, hast du Mewtwo, hast du Mewtwo, ist da Mewtwo drauf? Da ist auch Shiny Mewtwo drauf. Endi, wir, Feurigel, Kanamani, alles auch wieder vom CD, Babys, Pichu, Togepi, dann haben wir hier Kusilla als Baby, wir haben Raikou und Entei, wir haben sogar Ho-Oh, Krypto, Shiny, am Start, Gekaboa, Fivien, Stolunio, Idomiesisch, Boing, Formio, Kindwurm, Tane, Metang, Metagross, hat das die CD-Attacke, Sternenhieb, es hat die CD-Attacke, Sternenhieb von 2018, das ist auf jeden Fall cool, Groudon, zweimal Groudon drauf in Shiny, Rai Quarzer drauf, Shiny von 2019, oh mein Gott, da würden die Leute schon wieder ausrasten, die Oxys kann man ja nicht tauschen, ist aber dabei, dann haben wir hier Shinux, Cognodon, Mobei, Baby, wir haben die Yalga, dreimal drauf, Heatran zweimal, Giratina dreimal, Kresilia, Dark, Rai, Vajagwil, auch vom Raid Day, Actillas vom Raid Day, Axandor vom Raid Day, das waren die Shinies, bin gerade überlegen, fehlt noch was, wir haben den Beutelplatz, wir haben das, wir haben das, ach so, Staub, Staub hat er, 4,9 Millionen noch, den man ausgeben kann, was haben wir jetzt für 100%ige, das ist ja auch wichtig, die Hunderter zeigen, ob die was können, Bisa, Flora, Flora, Statue, Mega Entwicklung mal machen, mit der richtigen Attacke, Mega Simsala machen, ihr habt hier, Macho, Maya, B am Start, mehr als 6 Stück, in 100% zum Hochziehen, wir haben Gengar, wir haben Gengar, mit Kostüm, aus nem Raid, das ist auf jeden Fall brutal, guckt ihr das an, aus nem Raid, geratet 100% mit Kostüm, wir haben hier, Kokowai, Rihorn, wir haben Kabador, ihr könnt Mega Garados, machen, hier ist Relaxo am Start, äh, Relaxo, wir haben hier, Dragoran am Start, 100%ige, wir haben, Xerox mehrere, 100%ige, wir haben, Hunduster, wir haben, Quiekel, wir haben, Lavitar, wir haben Despot da, alles dabei, Gewaldro, die Starter hier, Sumpex, ist am Start, nochmal, Gaddevar, wir haben Stolos, können wir machen, wir haben hier noch, Banett, alles was also so Megaentwicklungen hat, ist auch ungefähr da, Brutalanda, Brutalanda, 100%, mehrere, 100%ige, Metagross mit Sternenhieb, Graudon, in 100%, 23,51, den könnte man noch ein bisschen pushen, hochziehen, das überlasse ich ja bei euch, Sonderbonbons sind ja auch noch ein paar drauf, Scheldera, Rosarade, äh, hier Knackrak, 300%ige Knackrak, hier, Rihonjo-Armee, nochmal am Start, Elevolteg ist da, da Marmoodle-Armee ist da, Säkrom, schon hochgezogen, bisschen auf 4038, das auch als Hunderter auch richtig fällt, und hier sogar, Samazenta, 21,88, 100%, 100%, war bisher einmal da, dann nie wieder, 2021, 100% bekommen, und das Highlight, weiß ich gar nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, war hier oben bei den 100%igen, da war ein Shiny dabei, der war damals, 7.7.2018, der war damals, am Arctos Raid Day, wo drei Stunden lang über Arctos Raids waren, und wir haben geradet, und es gab eine Tour, und wir sind von Stadt zu Stadt gefahren, da wurde dieser gefangen, in 100%, ein 100% Shiny Arctos, der mitgenommen, da ist also dann wieder der Aufhänger, neben dem 100% Shiny Mewtwo, aus dem einen Video, dem 100% Shiny Terakium, aus dem anderen Video, ist hier der Aufhänger, das 100% Shiny Arctos, vom 7.7.2018, Kloster Felsrad Thüringen, wir sind damals nach Schleusingen gefahren, haben dort alle Arenen gemacht, sind nach Hibut zurückgefahren, haben dort alle Arenen gemacht, und wollten dann weiter Richtung Hesberg, Birkenfeld, alles, das waren Zeiten, da bist du wirklich drei Stunden unterwegs gewesen, hast 26 Raids gemacht, und, da sind Erinnerungen auch dran, da sind Erinnerungen, die ich jetzt, mit so einem Video auch irgendwie festhalten möchte, und auch drüber reden möchte, der Account liegt nur noch rum, der macht gar nichts mehr, es ist schade, aber jemand kann damit sicherlich was anfangen, hat Freude damit, kann die Münzen ausgeben, hat starke Raid Angreifer, hat starke Konder, starke Pokémon, ich höre ja auch, Grund war, er ist alleine, mit seinem Kollegen, die schaffen die Raids nicht, großartig, wenn sie noch einen Account mehr hätten, der ein bisschen was mitbringt, wo sie draufhauen können, dann ist das auf jeden Fall einfacher, und leichter, und besser, dann schaffen sie auch zusammen, weil sie zusammen spielen wollen, die meisten Raid Bosse, und das ist doch okay, man hilft dann damit, dass die Leute sich selbst helfen können, und eben überhaupt spielen können, so, das ist der IWA Soft Account, der ist jetzt auch weg, der ist weg, der ist weg, komplett, da kommt nichts wieder, ansonsten war es das jetzt, von meiner Seite aus, was sagt ihr, 100 Euro, boah, du Halsabschneider, oder sagt ihr 100 Euro, wieder mal mega fairer Preis, schon allein die Coins, die drauf sind, sind 100 Euro wert, und dann die Ausbeute, die noch dabei ist, mit den Shinies, mit den Legendären, mit den Hundertern, mit den nützlichen Pokémon mit, ist das, kann man damit was anfangen, wenn man jetzt Hilfe braucht, und nichts hat, Peace out, vorhaut euer Ramses, ich muss loslassen, die IWA Armee ist Geschichte, IWA scharf, IWA soft, IWA mild, IWA kids, IWA pikant, zerbröckelt immer mehr, mal gucken, derjenige benennt ihn sicherlich auch um, grüße gehen raus, an den Käufer, das war's von meiner Seite aus, ciao, bis zum nächsten Mal.